Hier ist noch einer! Der steht immer noch da! Fakt ist... Wo schießt mein Geschütz hinten? Weil da sind zwei jetzt! Bisschen! Nick, bisschen versetzt! Ja, ich muss nachladen, also... Die Daten laufen gerade alle ins Haus Die Sache ist halt... Mein Kommandogeschütze ist halt beschädigt Ja, ich kann den nicht eigentlich sehen, der ist zu weit unten Das A-Team ist hier! Ich würde an deiner Stelle schnell in den Panzer kommen Warum? Ich drehe das Drecksgeschütz nicht zu viel Okay! Okay! Geht hin! Aaaaah! Ich wurde rausgeschossen! Florian pflegt den Feater! Covering fire! Cover me! Ja, Achtung! Rechts, rechts! Du überfass! Ah! Wir haben irgendwas getroffen! Wir haben irgendwas getroffen! Wir haben irgendwas getroffen! Florian habt ihr gesprochen! Wir haben mich gerade überfacht! Wir haben mich gerade überfacht! Starre! 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 Ein bisschen nach links! Ein bisschen nach links! Nein! Ah! Ja! Ja! Der Hard-Hit macht's besser! Gucken wir mal, ob der auch bulletproof ist! Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Airfield ist ziemlich scheiße! Pff! Haben wir gerade die Tür geöffnet und die Tür geöffnet! Ja! Hier ist nichts! Außer so ein paar Autofrax! Also das geht klar! Ich bin very tactical! I'm watching you! Ich bin richtig tactical mit meinem Roten! Ja! Ihr habt euch überhaupt nicht an die Umgebung hier angepasst! Ja! Euch würde man direkt aus der Luft sehen! Ich hingegen! Ich bin getarnt wie sonst! Okay, Jungs! Party-Modus an! F drücken! Ah! Das Spiel mobbt mich, Ian! Welche Site auch immer ihr gewählt habt, nehmt das Site, mit dem ihr im Close-Quarter-Combat besser geeignet seid! Close-Quarter? Was hast du gesagt? Schlachtlinie? Ah! Ah! Was zum Teufel ist gerade passiert? Heilt mich! Wie? Don't shoot civilians so unarmed person! Scheiße! Nein! Die kommen! Ich möchte die Animation abbrechen! Nein! Heil mich! Erwehr dich! Ja! 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 Ja!